Beisendor, 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 Beisendor! Oh Peppo, bravo, lavo, lavo, oh Peppo! Heute, 13. April, der Beppo ist heute 15 Jahre alt. Ja Peppo, ja es geht ihm ganz gut, gesundheitliche Probleme ist klar mit dem Alter. Da haben wir nicht gesehen, aber er ist mit im Wald. Unser Peppo, ihr seht ihr, der Peppo arbeitet. Oh, jetzt kommt er wieder an, wenn wir ihn schon sehen, mit dem Peppo so. Ja, 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 ja. Jetzt kommt der schon einfach. Ja, 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 ja. So läuft das. Dann an, an schneiden wir den Hund. An schneiden wir den Hund. An schneiden wir den Hund. Schau, 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 schau. Der Hund ist so gut. An schneiden wir den Hund. Alles gut. Schönen Tag im Viertag. Das ist dein Hund zu verbrechen. Wenn du kurz in Viertag in Viertag beten musst, wenn du kurz in Viertag durchfundenstest. Dann werden finder die Wind nach dem Vierer mit ist. Von Viertag zur Kaffee rein. Untertitelung des ZDF, 2020